Bist den ersten Tag hier? Gerade angekommen. Na dann. Alles in Ordnung, Schech? Wie Sie alle wissen, ist der Großimam gestern gestorben. Die Wahl des Großimams ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Der Präsident wünscht, dass es Beblawi wird. Sorgen Sie dafür, dass ihr gewählt wird. Ich bin enttarnt worden. Sie müssen mich gehen lassen. Such mir einen neuen Engel. Einen Studienanfänger ohne Verbindungen. Adam ist ein wirklich mustergültiger Student. Hast du Verwandte in Kairo? Nein. Du wirst uns helfen. Die Muslimbrüder haben die Assad infiltriert. Adam, worauf hast du dich da nur eingelassen? Für wen arbeitest du? Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Es würde dem Ruf der Assad schweren Schaden zufügen. Weißt du, was mit Atraniken geschieht? Sie werden hingerichtet. Ich erinnere. Ich bin der Zettel. Ich bin der Zettel. Ich bin der Zettel. Ich bin der Zettel.